43 cm großer Dainichi Kohaku aus der Blutlinie Wild. Der Fisch hat sich leider hier an der Kino ein bisschen aufgeschrappelt. Das gebe ich zu bedenken, dass hier auch so ein bisschen lieber in hier was rauskommt. Hier auch ein sehr breites Sashi. Also definitiv Fische für die Innenhälterung umso größer zu machen bis nächstes Jahr Frühjahr, um dann im nächsten Jahr Frühjahr einen schönen 55er, 58er Stunning Nisoi auszusetzen. Schöner Fisch, untergebracht bis zum Versand, GT5.